hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's play genshin impact ja es ist doch nicht so wie ich es gestern also nicht gestern gesagt habe wie in der vorherigen aufnahme dass ich quasi aufnahme mache render hochlade während dem hochladen noch mal aufnehmen ich war zu müde und habe jetzt gepennt jetzt elf uhr halb zwölf besser gesagt das heißt ich muss jetzt kurz die folge aufnehmen dann rennen dann hochladen dann werde ich vermutlich noch mal weiter aufnehmen auch wenn ich eigentlich mal fixen müsste dass meine fps in obs die ganze zeit runter droppen auf 59,2 fps weil es ergibt keinen sinn dass das droppt mein rechner ist stark genug für genshin aber irgendwie weiß nicht ich habe so das gefühl ich muss den rechner neu aufsetzen aber das wäre verheerend so an ja ich würde sagen wir machen dages mission was ist denn da überhaupt markiert betritt die ruine war das markiert nee das machen wir nicht das machen wir erst sobald marken und sowas auf 40 haben schleimballon oh gott oh gott ich hasse miss die mission mit dem schleimballon also die die mission die hasse ich wirklich sehr das war Nein, nein, nein. Ah, wen nehmen wir denn da am besten? Jean. Ah, wen nehmen wir denn da am besten? Ah, wen nehmen wir denn da am besten? Ah, endlich, ich hasse Schleim, Ballon, Mission. Weil da spawnen immer so viele Gegner und diese Gegner zu killen, die bringt halt gar nichts. Ich höre, du hast einen Job für mich. Und du. In dem Namen der Prinzessin. In dem Namen der Prinzessin. Zuckerblümchen. Lampenkraut. Lampenkraut. Lampenreut. 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 So. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir im Bogensheimer mitleveln. Sollten. Wo ist denn die vierte Mission? Da unten. Ach, die Schleimm-Mission schon wieder. Die Schleimm-Mission schon wieder. Ähm, da. Ja, auf jeden Fall. Und dann machen wir weiter mit Embers Legendenauftrag. Alter, was hast du jetzt gelegt? Ja! Oh! Ha! 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 Rein theoretisch... Ach, scheiße, das war ein Fehler. Rein theoretisch müsste ich kurz mal nach Hue reinsteppen. Und zumindest, ähm... Drei Nachtjahre. Und, ähm... Und drei Koalapis holen. Ohne irgendwas aufzudecken, ohne irgendwas zu tun. Damit ich die leveln kann. Hm. Ja, ich weiß es einfach nicht. Weil Kekwin ist halt jetzt schon nice. Nur das größte Problem ist halt, dass die halt nur level 20 ist. Und ich kann die erst leveln, wenn wir Koalapis finden. Und Koalapis ist in Hue. Ich höre, du hast einen Job für mich. Und ich glaube, hier... Gibt's Koalapis. Das müsste irgendwo hier sein. Äh, nee, nicht Koalapis. Ähm, Nachtjahre. Aber ja, ich will halt jetzt nicht, äh... Nach Lübe steppen, eigentlich. Und Nachtjahre gibt's den Monstret leider nicht. Naja, wir haben aber eh noch eine Tagesmission. Und zwar diese da. Hilf Glory bei der Erfüllung ihres Wunsches. Okay. Dann weiß ich, was das ist. Sie sagt uns gleich, hol mir Löwentarn. Und dann müssen wir bei der Statue hochklettern. Und sie von den Armen der Statue losfliegen lassen. Die Juden alten Busteblumen. Ja, ich hab Löwenzahn. Es dürfte aber, glaube ich, noch kein neues Banner da sein. Und ich bin hart am überlegen, sollen wir für beide pullen? Weil ich hätte schon gerne beide. Aber prinzipiell bringt Kokome uns noch gar nichts. Weil wir die halt noch lange, lange, lange nicht leveln können. Die habe ich noch nicht mal im Main-Account gelevelt. Gerade mal so ein kleines bisschen. Ich weiß es halt einfach nicht. Warum könnte ich eigentlich immer noch nicht Multiplayer spielen? Du musst vor deinem Betreten den folgenden Auftrag Flugschein abschließen. Ich muss auch Ember abschließen. Warum denn das? Also, ich meine, ich will jetzt nicht Multiplayer spielen, aber trotzdem. Oh, Anna. Anna ist bei mir am Main-Account hier am B-Server. Weil sie gerade, äh, quasi am Abenteurerin wären. Danke für die komplizierende Auftrag Flugschein. Danke für die komplizierende Auftrag. Danke für die komplizierende Auftrag. Nee. Sind noch zwölf Stunden da. Okay. Äh, hier haben wir nix, okay Ich meine, ich hätte natürlich genug Puls Um, 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 zumindest zu versuchen Beide zu ziehen Also Kokomi und, äh, Ganyu Aber ich will ja auch, ähm, hier, äh Hudao, ähm Auf Max-Pot kriegen Beziehungsweise ist das so eine meiner, meiner, ähm Meiner Hoffnungen und Ziele, weil, äh Hudao ist schon Schon der Waifu Und Ich, ähm Ja, ich spiele gern mit Ganyu, ähm, äh, nicht mit Ganyu Mit Hudao Die habe ich auch am Main-Account, äh, äh, dabei Und die ist halt mega strong einfach nur Also Hudao ist wirklich Ist wirklich ein Biest Ich habe mich, by the way, für, äh, für die Statue in Deleporta entschieden Weil man hier direkt zu Amber kommt Ohne zu klettern Oh, fuck Ich brauche noch ein bisschen Höhe So Great, you're here Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Sounds like it was a real drag I would know I've been there Oh, the gliding manual is super dry I couldn't get into it at all Don't tell Jean, though Really? Hmm Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix Some of them I like My favorite one is about the illegal animo slime takeoff Apparently, if you pop an animo slime and take off in the burst of wind It shoots you up really, really high I really want to try it No, not that story Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly Uh, what? Let me take a look Oh, shoot This is the storybook I used to read as a kid Oops, sorry I put both books in the same pile And must have grabbed the wrong one when I was leaving How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? Uh, uh This is so embarrassing It's because, maybe deep down inside That fairy tale is the thing that truly taught me how to glide What you lacked was not wind It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world Reading that gave me the courage to glide To become an outrider And to become the gliding champion of Mondstadt Uh, but anyway Let's get back to the exam Don't be nervous Just glide like you're used to Okay then You just need to follow the marked route to the finish All right Ich habe vergessen Mein Browser zu muten You nailed it But it's no surprise Given the way you handle your glider in a storm The next part of the exam is in Mondstadt See you there Don't keep me waiting All righty then You heard her back to the city Let's not keep her waiting Ja, sofort Aber wir sind gerade in der Nähe Ähm Von irgendwo, wo wir, äh, Sachen kaufen können Ich mach, ich markier das mal so Ähm Blumenkind Da können wir nämlich Und rein theoretisch müsste ich ein paar Kisten grinden Um nochmal so ein paar Anima-Siegel zu bekommen Aber ich weiß halt immer noch nicht Welch, äh, was, äh, ein guter Stat für, für Kekwin ist Braucht die Elementarkunde, weil die dann mehr Blitz-Damage macht Oder soll ich die einfach nur auf ADK hochpusten Boosten, nicht boosten Mein Mädel Ich hätte bitte gern, äh, die Walbeeren Zack Ich hätte bitte gern diese Pilze Zack So, dann gehen wir Äh, nicht mehr verfolgen Dann gehen wir mal kurz zu Flora Und kaufen Windmüllnastern Und Lampenkraut Damit wir davon immer ein bisschen was haben Und dann gehe ich mal Ich gucke mal ganz kurz, ob Löwenzahn da wieder Gerespawned ist Irgendwie glaube ich ja nicht dran Doch Respawned ist ja mittlerweile jeden Tag Haben die das geändert? Ähm, ich nehme mal kurz, äh, hier Ding Äh, hier, die da Ich will, zu helfen Ich muss mit Barbara gleich mal was probieren Hahahaha Bamm Barbara macht halt mit dem zweiten Angriff So einen Slap mit der Hand Okay, so Zwei Löwenzahnen hole ich noch Die immer da in der Nähe sind Weil wenn wir immer hier Löwenzahn abarbeiten Ähm, dann brauchen wir Nicht immer an jeden Löwenzahnspot zu gehen Um Löwenzahn zu farmen Ähm, weil wir irgendwann halt, äh, genug Löwenzahn haben Und Löwenzahn, muss ich sagen, ist echt ein Pain zum Farmen Und bisher kenne ich zwei Charaktere, die Löwenzahn brauchen Das sind einmal Oella Und einmal Jean Ähm, so Das Kleiding Exam, dass wir, also die Prüfung, die wir jetzt haben Die geht ein bisschen schief Schrägstrich, sie geht nicht schief Sondern wir können sie nicht beenden Oh, Lumine hat, äh, ordentlich auf Fresse gekriegt Naja Aber irgendwie dachte ich, es müsste Nacht sein für die Mission Oder ich hab die Mission bisher eigentlich immer nur nachts, äh, erledigt Kann auch sein Hey, hier, over hier I'm all set up Let's carry on with the exam Same deal as before Glide through the markers And get to the finish without stopping in the middle Anything the knights can do for you Anything the knights can do for you Ach, stimmt, die Prüfung konnten wir erledigen Hehehe, seems like you've got the hang of windgliding now Let's do the final stage Easy You've flown this way before anyway Once you've passed this final stage You'll finally be able to get your very own Gliding license Just keep thinking about that license Ready? Bin mal gespannt, ob man die Gliding License dann im Inventar findet Wenn nicht, bin ich enttäuscht Ich hab bisher noch nicht nachgeguckt Da hinten Winborn Traveler You are required to land at once By the order of the knights of Favonius I am Otto of the knights of Favonius W-what's going on? Please, show me your Gliding License Warum kann ich hier jetzt nicht sagen, wir sind gerade mitten in der Prüfung? Das verstehe ich nicht, das ergibt für mich keinen Sinn Es ist gegen die Wahl, zu gliden ohne eine License Ich arreste dich unter Section 7, Artikel 12 des Mondstadt-Penal-Code Du hast das Recht, zu sein, zu sein Alles, was du sagst, wird immer auf den Wind Wait, I'm an Instructor, this is a gliding exam Oh, I see Well, you picked a bad time to hold your gliding exam Really? Why? The knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral Claiming she saw Raptor gliding around these parts I thought your student here must have been his partner in crime Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt He always uses a wind glider to commit his crimes So people started calling him Raptor Wow, he flies fast then So far, we haven't managed to catch him Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact And ambush him inside But he escaped with the artifact Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic But he was too fast And we couldn't even keep up with the trail the markings left behind Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale But that was some time ago Leave it to me With us chasing him down together, he doesn't stand a chance Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off But no need to worry I'll be sure to have a word with Jean Das finde ich ungeil Weil jetzt laufen wir Gefahr Dass wir direkt den nächsten Legendenauftrag triggern Das ist so nervig In Genshin Okay, wo muss ich hin? Und wo darf ich nicht entlang laufen? Ich glaub Dein Hintenwerk, Xiangling Oder so Hoffentlich This is Springvale There must be some clues about Raptor around here The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch Oh, Paimon knows it's from a frame of a wing glider, therefore There are no elemental traces on it It looks like it's just a plain old tree branch Bitte nicht, 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 bitte nicht Hm, a strip of cloth with animal markings on it Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought Aber wenn das wirklich zu Raptor gehört, dann muss es sein, dass sein Windglider gebrochen ist. Ja, mit Saiyuu als Movement-Monster ist es auch nicht schwer, Hühnerquellen zu kriegen, weil man halt meistens irgendwelche Vögel so Drive-By wegmacht beim Vorbeirollen. Und wir müssen sowieso ein paar Rezepte auf Perfekt abschließen, um ein Chiefman zu kriegen. Ahem, lel, okay. Anschein. Auch wenn ich das schon früher hätte machen müssen. So, rettig, Suppe. So, jetzt sind wir da. So, jetzt sind wir ein paar Rezepte auf. So, jetzt können wir die Rezepte an, um ein bisschen versuchten. So, jetzt ist das auch einfach so. Sie müssen auch noch etwas vollkommen. Seben. So, jetzt können Sie das jetzt. Hm, das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Das haben wir noch nicht. Ich müsste mal alle Rezepte in Monstat kaufen. Das mache ich, wenn wir das nächste Mal in Monstat sind. Dann gehe ich zum Hirschjäger und kaufe mal alle Rezepte durch. Gut. Hm, wie wir wissen, ob das ist von einem Raptor oder ein Animo-Slime? Animo-Slimes sind eine Erborene creature. Sie können nicht auf den Boden bleiben, wenn jemand auf den Boden stammt auf den Boden ist. Hm, wie wir wissen, ob das ist von einem Raptor oder ein Animo-Slime? Either way, wir machen eine Mental-Node von diesen Marken. Sie sind sehr klar. Es scheint, dass die Elemental Marken sind diese Art. Huh. Well, du denkst du erinnerst, dass er ein Animo-Slime ist? Es gibt nur eine Art. Es gibt nur eine Art. Wir müssen immer die Marken folgen. Oh, was ist das? Es sieht aus, dass etwas passiert ist. Es scheint, dass es ein Kampf passiert. Können Sie das ein Raptor? Schnell, wir gehen uns weiter. Oh, 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 oh. Was ist passiert? Ich kann es nicht glauben, aber die Hillychurl attacken unsere Karten. Glückwunsch ich sie. Hillychurl? Aber ich dachte, dass die Nights of Evonius die meisten der Hillychurl entfernt hat. Es ist eine kleine Karte, nicht zu weit von der Stadt. Die Route, die ich auf meine Behandlung verabschiede, muss ich sicher sein. Aber heute, ein verrückter Mann, plötzlich fällt aus dem Meer und in der Camp. Hm. Jetzt, wer mich das an? Es hat sie wirklich aufgewacht. Sie schafften das lustige Mann als er weg, das sie in den Ön gebracht hat. Ich versuchte, aber sie versuchten meine Karte zu smithereen. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn die Merchant Caravan hier morgen kommt. Lustige Mann? In welche Art? Wie? Er hat sich etwas aufgewacht. Es muss sich schwer sein, weil er nicht glücklich in eine straighte Linie um seine Leben zu retten. Vielleicht ist das der Grund, warum er fällt. Es ist ehrlich, Menschen wie das nicht in den Skagen sollte. Es braucht ein Genie zu wissen, dass du nicht zu tragen heavy Objekte während du glücklichst. Ich versuchte diesen Idiot, und versuchte, dass er seine Leistung verabschiedet hat. Heavy Objekt? Das Artifakt? Das könnte unser Typ sein sein. Sag mal, hast du gesehen, wie er ging? Ich versuchte eine Glimpse, als ich ran von den Hillychurls bin. Ich denke, er ging... dieser Weg. Es ist ein starker Weg. Auf geht's! Oh, und keine Angst, als ich zurückkomme, ich sage die Nights die resten der Hillychurls als schnell wie möglich. So also wäre sie highest! Das wäre sehr gut. Allerdings! So! 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 Ja! Apart from the hilly-churls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder... Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Alright. Fünf Erze haben wir ja grad mal eingesammelt. Dann machen wir kurz die Erze fertig. Hier war doch irgendwo eine richtig krasse Erzader, oder? Nee. Oder ich hab das schon abgefahren. Ich hab grad leider kein Feuer dabei für den Elektro-Ding. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, die Elektro-Dinge, ich hab die noch nie gebraucht. Oh, look where we are! Der Elemental-Power auf dem Artifakt muss er ausgewertet werden. Raptor muss er wussten, dass die Markungen seine Position weggebracht haben, und seine Minionen ausgewertet haben. Damit, wenn der Effekt ausgewertet ist, kann er seinen Weg machen. Er wird das nicht weg, nach ihm. Ja, sofort. Ich seh hier aber grad... Erze. Uno. Due. Drei. 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 Drei brauchen wir noch. Ah, das waren zwei. Lucky, lucky. Auch wenn wir leider den Premium Pass nicht haben, wir könnten nämlich mit dem Premium Pass hier eine Waffe aussuchen. Eine dieser Waffen. Boah, der. Der war nice. Aber ja... Drei. Der. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt herself So, what do you say? Yeah, of course, why not? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff! Raptor awaits you once you defeat all these enemies! Then that gliding license is yours! Yeah 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 Gibt da noch jemand? Ne, die Tür ist jetzt aufgegangen. Hä? Ah! Also ich war schon richtig, aber nicht so ganz. Der Männchen kriegt hart aufs Maul. Warum sind in dem sein Versteck eigentlich so viele Heligiles? Gibt es? Gibt es? Du hast es durchgebracht. Du bist ein Natural. Ich wusste, dass du gut bist. All das left ist, ist ein Raptor zu holen. Los geht's! Los geht's! Ja, ähm, wir müssen aber... Von wo sind wir denn jetzt eigentlich gekommen? Hä? Okay, wir müssen aber den Dungeon vorbeenden. Ich kann jetzt nämlich nicht den Server liefen, solange wir im Dungeon sind. Ähm, ja. Und deswegen dauert die Aufnahme heute auch ein bisschen länger. Heißt, ich muss länger hochladen. Nein. Fünf! Ja, genau das wollte ich. Ach, da kommen wir nicht dran. Das hat ein Emberlein eigentlich für eine Knarre bei. Stufe 22, okay. Mundschein Prototyp, auch auf Level 20. Ich glaube, den Bogen habe ich Ember sogar gegeben beim Main-Server. Mit Main-Server meine ich den originalen Genshin-Server. Zerstöre die Energiequelle, um die Vorrichtung zu aktivieren. War ich ein bisschen zu schnell fürs Spiel? Was ist denn das da? Das ist ein Aufzug, aber mit dem bin ich noch nie gefahren. Kann der was? Hallo? Warum bist du hier? Es ist strange. Weil in den Dungeon kommt man auch nicht mehr zurück. Ich geh garanzomme, hallo. Du hast Angst, dass du hier kannst. Du bist ganz liebend. Wenn da nicht mehr ausschät History macht. Wie ihr mich trotzdem trefft. Da ist eine Wand. Zuerst mal kurz Luki-Luki machen. Okay, da wartet der Doth auf uns. Da wartet auch der Doth auf uns. Da wartet auch der Doth auf uns. Da wartet auch der Doth. Da wartet auch der Doth auf uns. 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 Doth auf uns. Da wartet auch der Doth auf uns. Da wartet auch der Doth auf uns. Da wartet auch der Doth. Doth auf uns. Doth auf uns. Da wartet auch der Doth auf uns. 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 Doths auf uns. Doth auf uns. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja natürlich froh, dass Amber uns, äh, unsere Prüferin ist beim, beim Flugschein machen. Aber um ehrlich zu sein, wenn Amber der Flugschein schon um die 15 Mal entzogen worden ist, dann sehe ich eigentlich nicht, dass sie, ähm, hier, äh, den, die Flugschein, den Flugscheinprüfung beaufsichtigen darf, weil, äh, ja, das ist strange. Haben wir jetzt eigentlich bei Flora Stuff gekauft? Sie kann einfach nicht sitzen, kann sie? Ich glaube, das ist, warum sie die Flugscheinprüfung ist. Wenn das alles getan und getötet wird, gehen wir zur Kathedrale in Mondstadt. Ja, und wir werden uns den Gliding, äh, Gliding, äh, Lizenz auch noch abholen, damit wir dann die Amber-Quest heute schon abgeschlossen haben. Ich gehe jetzt aber sicherheitshalber nochmal zu Flora, ich glaube nämlich, ich wollte bei Flora einkaufen, bin dann aber rausgegangen, um, äh, Löwenzahn zu farmen und hab Flora dann komplett vergessen. Ja, ich habe Flora vergessen. Das Problem ist, äh, es kommt ja jetzt bald Ganyo. Ähm, aber wir brauchen, für Ganyo brauchen wir auch Löwenzahn. Irgendwie tut mir Anna schon leid, aber irgendwie will ich auch nicht, dass Anna zur Abenteuererin wird, weil ihre Kleidung dann so komisch ist. Irgendwas, was die Knights für dich tun können. Irgendwas, die Knights für dich tun können. Warum wir auch die, den Flugschein in der Kirche abholen müssen. Oh, und ich gehe so schnell, dass niemand kann, es nur ich da, auf meinem eigenen, glidingen, glidingen. Oh, und ich gehe so schnell, dass niemand kann, es nur ich da, auf meinem eigenen, glidingen. Oh, fahrzeug. Heh, es scheint, dass du keine Ahnung hast, wie verrückt ist, dass die Championship wirklich ist. Na gut, bis ich dich in die Championship, ich wünsche dir eine froh, liberatinge und, über alles, gewisse, glidingen, glidingen Erfahrung. Verst du, dass du die Regeln hast. Alles, was du machen kannst, nicht deine License revokiert. Oh, Bruder. Wenn du mich fragst, ist das ein bisschen rich, kommt von Amber. Flugratgeber, aha. Okay, wir haben nur den Flugratgeber erhalten und nicht die Gliding License. Schade irgendwie, schade, schade. Okay, also, was haben wir denn? Bei den Göttern vor Ort. Vom Wind, Tapferkeit und Flügeln. Flugratgeber, Catherines Brief. Steindafelberichte, aha. Geschichte der Königshäuser und Handbuch des Ritterordens. Okay. Aber leider kein, 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 kein Kleiding Exam. Äh, anwenden brauchen wir nicht. Und Windfängerflasche, okay. Wir haben einen Schlüssel, cool. So. Haben wir heute in der Kathedrale gestartet und beenden wir auch heute in der Kathedrale. So, gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Genshin Impact wieder ein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.